Was sagt ein Goldinvestor, wenn man ihn mit hohen Zinsen und Rekordpreisen bewirft? Au! Aber im Ernst, das ist genau das, was in Deutschland gerade passiert. Die Nachfrage nach Gold ist hierzulande geradezu dramatisch eingebrochen. Mehr dazu jetzt. Deutschlands Goldkäufe brechen dramatisch ein. Die Nachfrage nach Goldmünzen und kleinen Barren ist von Januar bis Ende Juni dieses Jahres um 75% im Vergleich zum ersten Halbjahr des letzten Jahres eingebrochen. Der Grund sind rekordhohe Goldpreise und steigende Zinsen für Bankguthaben. In den letzten zehn Jahren stand Deutschland noch für jede achte Unser Gold, die in der Welt gekauft wurde. Ist damit jetzt Schluss? Von April bis Juni dieses Jahres wurden in Form von Goldbarren, Goldmünzen, Gold-ETFs und Goldschmuck in Deutschland nur 205 Kilo Gold in Deutschland gekauft. Das ist ein dramatischer Rückgang von 52,1 Tonnen Gold. Also wir sprechen von 205 Kilo dieses Jahr, von 52,1 Tonnen letztes Jahr. Dramatischer Rückgang um 99,5% ist das. Die Deutschen haben nicht nur weniger Gold gekauft, sondern verkaufen auch ihr Gold. Das hat das World Gold Council festgestellt. Große Mengen kommen da wieder an den Markt. Die Deutschen nutzen eben die rekordhohen Goldpreise, um hier auch mal Gewinne mitzunehmen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, der Kapitalbedarf ist vielleicht gestiegen. Schlägt sich die Inflation wirklich so stark nieder? Interessanterweise trug sich der Einbruch der deutschen Goldnachfrage zu einer Zeit zu, in der in den USA große Banken pleite gingen, die Kreditswissen der Schweiz gerettet werden musste. Auch die Zinsen spielen eine Rolle. Die Bundesbank hat ermittelt, dass die Habenzinsen der Festgelder mit vereinbarte Laufzeit von einem Monat von 50.000 Euro bis 500.000 Euro von Ende Oktober 2022 von minus 7,1% auf minus 3,1% Ende Juli gestiegen sind. Die Deutschen bringen ihr Geld also wohl lieber auf die Bank in so Zeiten, als damit Gold zu kaufen. Dabei hält sich der Goldpreis in Euro gut. Am 4. Mai dieses Jahres erreichte er gerade erst einen neuen Rekord bei 1.874 Dollar. Jetzt notiert er bei 1.809 Dollar in Schlagweite zu diesen Rekordständen. Trotzdem ist das Interesse an dem Goldkauf in Deutschland gesunken. Die Zahl der Neueröffnungen von Goldkonten hat 2023 stark abgenommen. Das steht im krassen Kontrast zum Rest der Welt, vor allem zu China. Da musste die Regierung sogar zeitweise ein Goldimportverbot aussprechen, um ihre eigene Währung zu stützen. So viel Gold kaufen die Chinesen. Wenn Sie mehr zu diesem Goldimportverbot in China erfahren wollen, dann sollten Sie dieses Video auf keinen Fall verpassen. Ansonsten freue ich mich über Likes und Abons aus Kanals und ich würde gerne von Ihnen erfahren, ob Sie jetzt auch in den Kaufstreik beim Gold eingetreten sind. Let me know. Bis bald. Bis bald.